hey leute und willkommen zu einer weiteren folge art survival senate in dieser folge werden wir versuchen diesen most jobs auf level 145 zu zähmen dafür brauchen wir dafür machen wir seltene blumen die wir in dieser folge holen werden ja seltener pils ja seltener pils und ich zocke mit meinem besten freund elias von dem ich keine weitere 155 meter weg kann weil als art ist und dann würde ich mal sagen fangen wir also eine sache die ich noch erwähnen sollte meine stimme könnte sich ein bisschen komisch anhören weil ich ein bisschen krank bin aber ist mir egal ich mache trotzdem videos gestern war das noch viel schlimmer also deswegen habe ich gestern gar keine videos gemacht vorgestern auch nicht und war gestern auch nicht vorgestern auch nicht von 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 vorgestern auch nicht ich glaube wir können anfangen die kriegung der schnapp wird sind das einfach bitte die auf dem Boden liegen das gewonnen hat bei 100 4 ja das ist besser als bei 100 bei uns äh seltene pilsen bekommt man wenn man die bäume im sumpfbiom abbaut also diese sumpfbeum wenn man diese bogen beim abbaus kriegt man die auch so ein das war ja um ein halbster sterbe die stelle ich habe noch von vpn live wenn du musst mir helfen denn du musst du musst schnell zu mir nach hause kommen mit mir gebratenes fleisch geben damit ich überleben kann ich bin dann verhungern ich vor spiele durch und jetzt lieber und dann geboren zu unserer richten ok nein nein ist auch nein vielleicht nicht vielleicht 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 ich kann nicht schlafen da kommt die taune boah aus irgendwie wollen wir jetzt an die vorbei so einfach direkt wenn sie rein rein ok ja genau genau wir müssen nur die werden zwar wahrscheinlich für den rest ihres da ist ein Terezin oh mein Gott was ist hier los ja die werden aber nur aggressiv wenn man denen zu nahe kommt ich habe einen seltenen pils ich habe auch einen ein paar mal drauf schlagen ich habe drei noch drei bekommen ich habe das reicht ja okay dann einfach los geht's lauf ich habe fünf stück mit einer weil weil ich zählen den ja die wichte gleich wir müssen als erstes nach hause kommen wir müssen auch erst mal überleben ja man jetzt fischfilet ist ein dann wollen wir jetzt fischfilet bekommen oder will er keine pilze mehr er will keine pilze mehr er hat mein 20 groß gebranntes fleisch genommen ich habe ihn anscheinend getroffen aber anscheinend auch nicht wir müssen aus einer range raus und dann müssen wir wieder kommen dann lass das mal machen jetzt könnten wir den sam jetzt mal Mann! Mann! Warte! Ey, Alex! siehst du gleich ach so ich weiß genau was immer nach du suchst gar nicht ich weiß auch den titel des videos ab jetzt so schnell das baby nennen es läuft gerade weg wo ist das baby in welche Richtung ist es gelaufen ihr der kommt auch mit mir wir müssen aber auf bob und bob junior warten die weil ich nehmt bob 13 prozent Wohin geht er? Warte. Ja, hier sind Todons. Schlägst du? Schlägst du? Schlägst du? Oh, und Wiesenthal. Und Block on Top 2 näher. Kann ich ihn noch sehen? Sehen. Den Offen. Lebt er noch? Mhm. Ok, klar. Babykompi. Wie? Oh mein Gott, der Babykompi. Wo ist er? Ja. Warte, kann ich Kompis auch auf meine Schulter nehmen? Ja. Nehm ich den mit. Zwar nicht bestes Level, aber ich will irgendwas bekommen. Kann man Babys nicht auf den Kopf mitnehmen? Ne. So, muss ich warten bis er groß wird. Na? 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 Ja. Ja. Na? kannst du mir mal sagen wo du bist also so in welche richtung ich gehen muss so wenn auch mal ganz ähnlich jetzt zu mir kommen ich zeige mir gerade so was ich wird geschützt ist es besser wenn du nicht stürzt ich komme nicht zu euch ich bleibe bei mir kommt es erst nur fleisch oder er ich glaube trotzdem bären rein damit ziehe ich in meinen menschen kasum jetzt kann ich ihn sehen die zungen ist cool aus ja thomas erwachsen muss jetzt anfangen kindersteuer zu Prozent man darf ihm nicht zu nahe kommen man darf ihn nicht Prozent vors gesicht kommen man darf gar nichts bei dem man endlich habe ich Joe Biden kommst du dann zu mir weil ich habe keine ahnung wo du bist über dir über deinem gesicht es gibt einen raptor level 150 hier den zählen wir aber nicht dann stimmt wieder alles von uns das ist zur base und dann vielleicht den blöden typen dazämen ok leute das war es dann mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und dann ja bis nächstes mal